Und da sind wir auch schon wieder mit der zweiten Folge von Dungeons & Dragons. Wir haben uns in der letzten Folge die erste Mission angeguckt, insgesamt dreimal, da wir festgestellt haben, dass wir auf der falschen Schwierigkeitsrufe gestartet haben. Aber beim dritten Anlauf hat es dann wunderbar geklappt und wir konnten auch schon das erste gute Zeugs aus dieser Inni bzw. Dungeon herausholen. Ihr seht mit unseren abgegradeten Köpfen, was haben wir hier, einen Köcher und mein episches Schild. Genau, und um jetzt ein bisschen mehr heranzuholen, werden wir jetzt auf jeden Fall die nächste Mission starten und uns das anschauen, wie es weitergeht. Wir sind immer noch bei den Gefährten vom Eiswindtal und jetzt haben wir die Hallen der Durga vor uns. So, in dem Fall habe ich jetzt auch Stufe 3 gestartet. Wir sind alle beim Bereich 1500 jetzt, Kampfstärke angekommen. Also es könnte jetzt ein bisschen stärker werden. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Kann man auch sein lassen. Guck mal, die haben schon wieder so viele Tote. Ja, wir kommen mal noch zu euren Vorfahren hier. Was ist passiert? Du. Autschen. Autschen. Okay, ich bin tot. Wir beide gucken so zu, lass den Depp mal einfach mal vorlaufen. Krieg ich mir wieder? Wir müssen griffen. Wir müssen davor machen. Wir müssen diese Durga in Zul. Erstmal looten. Scheiße auf die Typen, ja. Genau. Du musst es ja vorwählen. Krieg der Items? Nee, ne? Nee, ne. Komm mal her. Sehr schön. wir brauchen hier wieder so ein würfel findet man wieder so ein würfel der laufen boden ich habe ein würfel gefunden da oben ist auch was linke seite ja hier da wo du gerade warst ich bin nur nicht hochgekommen irgendwie vermutlich kommt man auch später auch links ich konnte keinen würfel setzen und er muss jetzt auch da unten platziert werden wenn du den würfel schon gesetzt hat das müssen das ding zusammenbauen 3000 kilometer nach unten ich habe den nur gesetzt und er fährt mich halt instant die kämpfe schon wieder ich komme und jetzt kommt erst mal fetter ambos das ist sogar zu gucken wie die sterben schlicht auf dem boden danke ein komischer feuerwerkskörper hier ja ja komm schon gibt mir ein epischen habe ich bekommen unverdient was wirklich geringverdiener mit uns gemacht ja sicher ja dreh dich mal um gerade und er umdrehen dreh dich mal um und er sagt nur ein weiblicher charakter wenn du mir sagt dreh dich mal um als zwerg schmutziger den feuerwerkskörper hier ich sammle schon mal ein bisschen soll irgendwas einfügen ich bin tot kommen wir zu mir weil ich sage mir die ganzen sachen hier ein guck kriegt ihr das auch alles ja ich drücke immer wieder drauf einfach eine tafel habe ich gerade gefunden ich drücke mal weiter nicht nicht weg weg weiß ich nicht jetzt geht es nicht mehr ja gleich was ist das weiß ich nicht was ist denn das riesenbomb oder was sammeln sprengstoff pass 0 ich drücke hier was von gelb seltener hin ok aber diese truhe hier in der mitte die habe ich auch noch gehabt mal einfügen das war das fast was was ich gekriegt habe was haben wir davon ausgewählt eigentlich aber ihr müsst noch mal zurückkommen ihr müsst noch mal zurückkommen links geht ihr könnt dort weiter links geht es hier weiter an sich also da geht es weiter aber hier vorne muss ja noch irgendwas sein ja hier hinten ein ende der drücke ja gegner ich habe einen komischen zwerge ich habe einen komischen zwerge ich habe ihn weg geschleudert die tun voll weh diese komischen zwerge das macht welcher da um grau pöscher alter bedient damit würde ich mir überlegen ob man nicht nächstes mal vielleicht auch ein kontrollpunkt ja ja recht saftig was hier verteilt wird ja epische halskette epische beinschienen aua ach so das ist ja schleber epische beinschienen helfe ach das was ist denn hier guck mal hier weiß ich was er okay tschüss er wurde zum nicht und flog davon kommt doch ein mobb wir haben wir ihn nie wieder zurück zum anführer hey nein komm zurück wir haben hier loot sammeln was passiert jetzt oh fuck wir haben es noch wir sind geportet alter naja ich werde die krebs erfüllt ich werde nicht zu tun ist ich werde das dass man nicht reintreten muss man weniger mussten der zwerg ich glaube ich glaube ich glaube von links hätten wir auch lang kommen können ja wir hätten von hier aus unterkommen können also das ist das was ich eben meinte du wachst du warte ich ich kann mich nicht einmal Oh man, nur gucken 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 gucken... Guck 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 guck! Ich muss das mal kurz... Ich muss das mal kurz... Heeeeh... Pew! Tschüss dieser Säge aus... Ich bin tot. Hilfe. Oh, da, ein lebenden Tod. Der Zwerg stirbt in der Luft, droppt den Bomber auf dem Boden und ich springe natürlich mit einem fetten Hammer hierbei. Ja, Mann. Ich bin gleich tot. Ich rette dich. Oh, hier ist ein Riese. Oh ja, alle Mambas. Der Zwerg, das ist Lexus. Ja, hier sind so viele kleine Menschen, die man alle verkloppen muss im Lexus in der Mitte. Die kloppen voll auf den Einen, Alter. Ja, sammeln, was ist das? Ebel. Und ein ungewöhnliches Ding. Oh, hier geht es noch weiter nach oben. Ich habe hier unten jetzt mal die Rast gemacht, ne? Aber hier sind Bücher, also einfach mal alles. Ah, Leute. Kacke. Wo ist das? Nein, wir sind noch da. Ja. Hier ist noch ein Buch. Dann hast du das auch. Ja. Ja. Dann ist es da oben. Ah, guck mal her. Hier oben ist es doch auch. Über uns. Guck mal über uns auf die Köpfe hier. Über mir. Über mir. Genau über mir. Ach ja, da. Warte, ich schieße es kaputt. Warte. Irgendwie will das nicht runter. Vielleicht muss man hier hoch. Das ist von hier aus. Das ist ein Hebel. So ein Hebel müssen wir betätigen. Ja, das ist ein Hebel. Das ist ein Hebel da vorne finden. Der Hebel. Einen Hebel habe ich gefunden. Einen Hebel habe ich gefunden. Ach so, dann gehen wir nochmal zurück. Oh fuck. Hier vorne ist ja das Ding hier. Hier. Ah, ja, ja, ja. Hier. Jetzt kommt das Ding runter. So können wir das fast wollen. Ah. Bonjour fast. So top. Ach, hier sind auch noch Hände. Ja, Sprengstoff fast. So, jetzt können wir das hier rein. Ungewöhnlich. Oh, oh, ich schlundes. Oh, gerschönt. Oh, na. Oh, gerschönt. Abgeschlossene. Was habe ich hier jetzt gemacht? Das explodiert, das so fast. Das explodiert, dann. Ich zerstöre, hier, inspirational, zerstöre die Vorräte. Vier von Zehen. Das war glaube ich eine Vorratslage. Also geht jetzt hier weiter, oder glauben wir es denn durch die Schweine. Oh, das ist überhaupt nicht. ich laufe ist gerade oben lang die höhle ja du bist doch da vorhin rechts gelaufen und meintest da ist ein boss ja da ja vielleicht ist nämlich da auch noch ein vorratslager sondern dann schaffen wir vielleicht das optionale ziel nicht weiß ja das ist das hauptsache können wir ja nicht verfehlen aber die option ist auf jeden fall ein boss und müssen wir dann das stück vorwärts hier ist auch noch einer noch mehr so alle getriggert irgendwie das bist du wieder so und da vorne ist ich will darum die dass das gut haben natürlich das tut da muss ja ein schaden weiter auch hier ist schon wieder so ein boss hier sind so ein artillerie typ da bist du schon wieder kommen wir sich hier drüber müssen wir hat irgendeiner von euch wir brauchen den hebel wieder und wieder so eine kiste da vermute ich hier denn die stapeln die kiste habe ich gefunden die ist hier oben ist noch eine kiste aber kriegt die hebel so kiste habe ich was mit der kiste die da oben schwebt dafür brauchen wir den hebel wahrscheinlich wo ist der hebel hat der hebel ist zum aktivieren hier unten aktiviert kiste kommt runter das sieht auch nach einer dicken kiste aus ja man ja mann saftiges lud ungewöhnliches schild hier warst du hier schon doch da habe ich die hebel gefunden hast du gesagt bei den stacheln kommen wir haben auch so ein heilungsviel der mit seinen kurzen beiden jahren kommt der zwerge wieder zurück noch ganz schön guck mal hier wird das müssen ganz nah an die kante ja der typ hatte was gedroppt aber das hier in die lama eingefallen aber kommst du den handschuh jetzt looten ja den habe ich gerade eingesammelt zwar vielleicht ein gut aus der kiste hier ist ein fahrstuhl aber oder sind wir von hier gekommen wir sind von hier unten gekommen jetzt sind wir aber hier wo wir eben von links ein latschen wollen ja ich meine wir haben auch den fahrstuhl einfach unternehmen können was irgendwas hat mich hat uns gedämmen das ist das der typ hier der der artillerie kunden ja weil ich jetzt noch kurz die zwerge verkloppen hier geht es nicht heute könnte ich irgendwelche bomben jetzt kann es mir doch nicht erzählen dass wir das nicht kaputt machen ja es gibt ja so wird man hier schon recht zieht was von opfer kammer hier die endkammer ist gerade schießt und extra drauf das ist noch eine kiste grüne seite hast du seitdem gesammelt versteckte kiste neben dem fahrstuhl man nicht gesehen bei 5700 gold kann man auch super schnell auf diesem epischen rang spielen aber wir müssen dort wo es grün ist von anderen seite sind wir gekommen ihr seid ihr seid ihr seid ihr wart auf dich so ja oh nein das gift nicht auf den grünen boden gehen das geht manche auch nicht keine sorge nein du bist du lieb wenn ich habe schläge irgendwie macht und nach vorne geht man kann die kombos halt nicht abbrechen man kann ich den zwerg nicht einfach als wolfball nehmen und den hammer so als schläger und dann schießen wir nicht einfach gegen die gegenwalt man kommt endlich mal ein spiel wo sowas geht das wäre doch total geil ja alter alter das macht mir doch gar nicht so gut ich schmuck gar nicht guck mal hier oben sehen aua der werf zack hier ist auch ein zack 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 auuuss gecharb weggecharb hier haben wir den fass wir brauchen fass mhm das sieht aus als wenn es hier nach oben geht guck mal hier hier oben ist so ein da geht eine rampe hoch und da oben ist so ein hüb dann ist das toll halt hat der gerade auf den sack bekommen aber riesig der wusste gar nicht mehr welchen damage er noch kriegen soll so höre ich oh sieben tausend gold schon oh unten ist ein boss wo kommen die denn alle hin oh ja das ist fast was einfügen komm mal her das wollen wir machen komm mal hier rein seltenheit habe ich jetzt mal gemacht ja so warte mal geht es hier noch weiter hier ist so ein komisches äh ne ne guck ist nur so ein wassertüppel ah ok das verderben da ist irgendwas hinter unpersagen muss denn da aus und das auch wo warte ob boum wake mich nerv k ja i player z le ich noch nicht ach guck mal kommen wir da hoch ja wie gehe ich den leiter sind dass wir hier ein hebel brauchen wir wo man da hinten war wieder hätten schon genau fette truhe blut ja ich bin nicht nur ungewöhnlich wasser mein dass er die ganze zeit die ewigen die man kriegt kriegen wir die alle jetzt weg ist der beste man sie hat auch vor der kompöse guck ihn die an wir wo er macht aber auch voll die blitze das ist kein kleiner gewöhnlicher hier ist ein schild ich habe peilung guck mal zu mir sieht man nicht so gut ich mache hinter ihm das was kaputt hinter ihm geht weg weiter ein schlag einschlag ich zählte am boden ich muss ihn von euch weglocken damit ich euch da holen können ich muss eine hand hinter mir gesehen aber jetzt hast du zeit die blitze hinter mir das gewitter ab ging es auch immer so schnell ich habe keine ahnung einfach pulverisiert auf einmal ging es voll gut wie land in benutzt ja ich habe verursachter schaden in die richtung wenn du die mit warum habe ich den bester gefährte warum leuchtigsten so gold also weil ich die meisten grünen liger hast mir aber umstand damit bester gefährte ja vielleicht meisten werte am höchsten hast dann vielleicht auch in die wiederbeleben und so supporten der könnte alles mit der reihe also alles was du machst legendär guck ihn dir an wieso habe ich mehr sachen als ihr also ich kann enter drücken bei attributes punkte was heute wieder upgraden können ja man was wirst du neue waffe moment schild ist weiterhin besser ja hosen habe ich genug wie oh was die ich 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 so talente ich hab jetzt 85 titeln nice tundra forscher und koblen wir haben jetzt ganz viele sachen auch freigeschalten unter talent zum angucken zumindest so sechs von acht teilen habe ich ja ich gucke mich auf das boni erst mal auf das boden dieses geht am anfang so schnell dass man zeugs dazu kriegt alles lila sachen bei mir bei mir nicht attributs punkte wieder zum erhöhen guck mal ich kann jetzt ich kann jetzt ich kann freichalten dass wenn ich wiederbelebe dass eure treffer punkte auf 100 prozent sind und nicht eben nur so auf 50 oder so wiederbeleben ja das ist geil als supporter denke ich auch super wichtig so 14.000 gold kann man ja schon voll die sachen hier freischalten oh ja so ein stamm vom sammeln habe ich nice mindest stufe 7 dann machen wir auch wieder die nächsten fähigkeiten frei sehr schön gut am equipment hat sich bei mir jetzt nicht wirklich viel getan aber dafür halt an skills ich könnte jetzt gucken ob ich noch ein bisschen was aufwärter ausrüstung verbessert wie viel schaden hast du auf deine waffe steve warte ich gucke ich glaube 172 oder so 152 ich könnte sich wieder einen kristall dafür für das gute ziel und drücken dann musst du enter drücken auch beim verkaufen jetzt aufpassen dass nicht das falsche item drückt du kannst ja auch mit lange links klick kannst du auch verkaufen mit lange links gedrückt gedrückt halten auf der maus das ist auch verkaufen obwohl da unten enter steht ja so und die nächste mission wäre bangos brücke aber das schauen wir uns in der nächsten folge an wir bedanken uns auf jeden fall fürs zuschauen ich hoffe es hat euch wieder gefallen wenn ja denkt dran abonnieren glocke aktivieren verpasst die nächsten videos und in diesem sinne würde ich sagen haut rein bis dann